Hallo, willkommen bei American Baker in Germany, wo die Zutaten Deutsch sind und die Bäckerin und Marikanerin. Ich bin Michelle und heute machen wir noch eine Weihnachtstorte. Und diesmal ist das eine Weihnachtsbaum-Torte. Also legen wir los. Ich fing an, 21 cm Tortendummy mit veganer marikanischer Buttercreme zu streichen. Ich wollte, dass die Torte größer ist als sonst, damit ich ein bisschen mehr Platz hatte für den Weihnachtsbaum. Ich habe grüne Buttercreme in ein Spritzbeutern ohne Tülle und fing an mit der Linie, mit dem Versuch es symmetrisch zu machen. Ich füllte es mit mehr grüne Buttercreme und glättete es mit einer Winkelpalette. Dann spritzte ich eine dünne schwarze Linie, um die Lichterkette zu sein. Im Nachhinein war es vielleicht ein bisschen zu viel Lichterkette. Ich habe gelbe Punkte als Lichter gespritzt. Ich habe Silberne und Zuckerstreuse drauf getan, um Weihnachtsbälle zu machen. Dann tat ich rote und weiße Sterne Zuckerstreuse drauf. Dann tat ich ein paar kleine Zuckerstreuse auch drauf. Ich machte die Zuckerstreuse sauber und glättete die weiße Buttercreme nochmal. Ich spritzte einen kleinen gelben Stern obendrauf. Dann spritzte ich Sterne an der Seite der Torte. Und ich platzierte grüne und rote Sterne an der Bordure. Ich finde diese Torte süß und weihnachtlich. Was ist weihnachtlicher als ein Weihnachtsbaum? Frohe Weihnachten! Für mehr Torten und Rezepte besucht unsere Webseite bei AmericanBakerInGermany.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und TikTok. Abonniert für eine neue Torte jede Woche, unterstützt uns auf Patreon und aktiviert die Glocke, um als erstes zu erfahren, wenn wir ein neues Video hochladen. Bis zum nächsten Mal.